Jetzt will Stinker vielleicht mich finden? Vielleicht ja auch ein bisschen Gemüse klauen? Oder ein Hund? Äh, ein Hund, ein Huhn? Ja, ich... Hm. Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur weil sein alter Herr ein Grießkram und Gerber ist. Mir ist zu Ohren gekommen, wir mögen ihn nicht, weil er sich mit Schurken umgibt. Wohl wahr. Aber sie mochten ihn davor schon nicht. Oder mich. Diese engstirnigen Hornochsen. Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Wer ist denn... Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schirr? Ich... Ich weiß nicht. Äh... Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du? Dagegen gibt es doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er denn dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Dann ist Hinek eben seltsam und geht manchmal in den Wald. Na und? Mach's gut. Ähm... Spürstinger... Ja, 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 nee, nee, nee. Find Stingers Vorrat. Ich will da nochmal hin. Aber jetzt... Was mir eingefallen ist... Wir haben doch irgendwie... Ein neues Level erreicht. Spieler. Fertigkeiten. Und welche? Jagen 1. Trophäenjäger Geweih Zähne. Du kannst erlegt Wildtieren das Geweih entfernen. Ja, toll. Prima. Und da ist noch mehr, ne? Lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Hätte ich das mal in der... Was hast du hier zu schaffen? Schule gehabt. Was ist alles anders? Schnäppchenjäger. Ne, 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 ich wills lesen. Was ist das? Sämtliche Bücher in... Alter! Dann... Nehme ich... Halt... Das... Leseflussding. Reiten. Lastenpferd. Dein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer, kann nicht mit der Spezialisierung Rennpferd kombiniert werden. Ne, 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 ne. Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragefähigkeit, kann nicht mit... Ja, ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das. So, noch was? Trinkfestig... Hahaha, hallo! Dafür gibt's Perks. Biertrinker, Trinkgewohnheit, Weintrinker. Lass mich raten, kann ich mit Weintrinker kombiniert? Natürlich. Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt zu stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Verzwickt. Trinkgewohnheit. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um zwei Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch 25% mehr. Ich nehme Biertrinker. Bei allem anderen mache ich mich lächerlich. So, Werte. Was haben wir hier vorne noch? Hauptstufe. Ui... 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 Das Leben ist hart. Der Duft des Mannes. Ach, da war ja mal was. Bürger... Zwei... Was ist das? Speer? Über die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen 20% höher. Naturbursche. In der Wildnis erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Agilität, Velocität und Redekunst. Kann nicht mit der Spezialität Bürger kombiniert werden. Was ist Bürger? In Städten, Dörfern sowie in ihrer unmittelbaren Umgebung erhältst du einen Bonus auf Stärke, Agilität, Velocität und Redekunst. Ui... Frischluft aus dem Kerker? Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Das sind Perks, die man braucht! Nachtschwärmer. Moin! Wie weit bist du schon? Nicht weit, glaube ich. Deine Ausdauerregel erhält sich nachts 20%... Das ist doch ein Scheiß! Der Dufte des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du beim Gespräch bei Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fähigkeit, Heimlichkeit umdran sind. Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Ich nehme... Bäh! A-S-Kid! Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bekümmert... Nee! Ach komm! Ich nehme Speer! Jetzt reicht's! Okay, was haben wir noch? Stärke! Und warum ist Charisma bloß 2? Stärke! Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen! Und damit würde ich mein Pferd ausgleichen? Nehm ich! So! Alle erwischt! Gut! Können wir mal speichern eigentlich! So! Dann ähm... Westliche Ende... Da war was! Wir gehen nochmal zurück und buddel den Schatz aus! So! Ey... Voll die Wellen! Wie macht die das? klappt bei mir nicht so dein rock ist nass hier läuft wie ein zombie also wenn das the walking dead oder die sind alle so ein bisschen tot kochen das ist gelinde gesagt sahnesauce geht nicht weil er davon bauchweh bekommt knoblauch kann er nicht riechen senf kann er nicht leiden und schinken ist ihm zu gewöhnlich ich bin einfach bier ist das westliche ende der gerber von hier nicht aber wir gucken trotzdem da rein da wenn der jetzt wieder eine leiche liegt riecht durch jetzt will stinker vielleicht mich finden ich dir auch ein bisschen gemüse clown oder ein hund ja ich muss mal weg das war keine ente das war ein wound chill mal ich bin noch ein mit ey stell dir mal vor ja ja ihr haut mit eurer faust in eine huhn und zieht ihm dabei die federn weg du hast entdeckt ledet ledet schoko ledet ach was weiß denn ich hier gibt's bier der furchtlose felix furchtloses alpaka schank meint guten tag hi bier flinker was kannst du mir über diesen hienek sagen was ich dir sagen kann er ist nicht sonderlich beliebt keiner will mit ihm reden warum nicht ich tratsche nicht gern aber er soll zwielichtige gestalten kennen aha und redet wirklich keiner mit ihm diese metze adela gibt sich natürlich mit ihm ab eine metze arbeitet als zuwar mädchen im badehaus ist dasselbe der war ich doch schon äh wo ist der schankwirt da beste grüße was gibt es neues in der gegend ach du weißt schon irgendwas ist immer besonders in der mühle dort vergeht keine woche ohne ärger aber ich hab die tunicht gute beobachtet immer wenn sie etwas im schilde führen besprechen sie sich da in der ecke und hacken irgendwas aus gestern zum beispiel und das ist noch nicht alles bozek veranstaltet bei uns nen bogenschießwettbewerb wenn du dir ein paar groschen verdienen willst geh zu ihm und mach mit oh und noch was da fällt mir ein ich hab kunhuta schon weit hier nicht gesehen die hiesige kräuterfrau sie kommt einmal die woche auf einen krug bier war aber schon lang nicht mehr da ich hoffe ihr ist nichts zugestoßen vielleicht trinkt sie jetzt wein ich möchte mich wegen hienek erkundigen dem gerbersohn dann frag woanders ich hab nichts mit stinker zu schaffen er würde mir nur die gäste vergraulen ach da hab ich was anderes gehört nämlich dass ihr beide geschäfte macht wer bist du überhaupt ein freund von hienek er ist verschwunden und ich muss ihn finden ich weiß nicht wo er ist aber wenn du den bastard findest dann sag ihm dass er mir noch waren schuldet mir ist scheißegal welche geschäfte ihr beide getätigt habt ich werde keinem davon erzählen ich will nur wissen wo sich stinker aufhält was haben unsere geschäfte damit zu tun wohin er verschwunden ist mehr als du denkst wahrscheinlich hält sich stinker in seinem wilderer versteck auf und glaub mir es war ein leichtes herauszufinden wer wild von ihm kauft und es wäre sogar noch leichter das zu melden wildern ist ein verbrechen na gut na gut aber versprich mir dass du keiner menschen seele von unserem handel erzählt du hast mein wort also was willst du wissen wie ich hörte hat hienek ein versteck im wald das er zum wildern nutzt weißt du wo es sich befindet nicht genau soll heißen ich habe nicht den blassesten schimmer aber ich weiß dass es ein dunkler ort ist eine höhle oder ein alter minschacht wie kommst du darauf immer wenn stinker wildern ging kam er zuerst wegen kerzen und lampenöl zu mir er brachte dann das wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl licht gebraucht hä und weißt du ob es hier minenschächte gibt da wären ein paar einen hat es am anderen flussufer ein kurzes stück abseits des weges der von der schmiede nach westen führt dann wäre da noch einer östlich des dorpes oben im wald über der felswand und ich hörte dass es einen schacht in der landspitze gibt dicht am wasser danke nichts zu danken bricht dir aber nicht das genick das ist zerklüftetes gelände und man fällt leicht in einen schacht wie viel wild hat dir gebracht nicht viel ein paar tiere die nachfrage hier ist nicht so besonders manchmal will der niedere adel was ansonsten landet es in der wurst okay da haben wir jetzt ja drei ziele ja wunderschön nicht okay ach komm ist wieder so weit weg eine erreichen wir heute noch ich nehme mal den hier es ist ja eh der hier wird dir sinn machen okay fährt aus dem nichts da bist du wieder ich habe gehört du kannst dir schneller reiten Pebbles ich habe dir ein upgrade freigeschaltet fertig dann lass mal flitzen du hast entdeckt interessanten ort total zu welchem b b b b b b b b was ein weg weiter halt nix weiter schon davor ich muss wohl hier zu fuß gehen und wenn ich die haxen brechen niedrige werte du versuchst ausrüst ausrüststück zu verwenden für die deine fertigkeit nicht ausreicht toll aua da ist er ich habe einen pelz gefunden das ist doch schon mal was das ist irgendwie fail scheiße dann dahinter c ja quer fällt ein können wir am besten natürlich ist hier keine brücke und wir sind auf der falschen flussseite was sühnenkreuz ok da grab komm herr buddeln warte mal hä da ist doch gar nix boah ich werde gleich so übel überfallen da weiter na was ist das jetzt hier eine brücke wäre nice ah ein weg ist schon mal nicht schlecht ah mist ja wir brauchen jetzt eine brücke pebbles kannst du schwimmen komm schon pebbles jawohl es wird wirklich dunkel ne pebble hat nachtschicht warte mal fackeln das ist schon ein bisschen gruselig jetzt wie weit müssen wir denn noch ach wir sind kurz davor also los geht's zerklüfte das gelände pebbles brecht ja nix vor allem brech mir nix wie ich halt nichts sehe sichtweite 2 meter ist das hier minenschacht aber da ist was lol ich steig auch noch ab lol warte mal warte mal ach du fitzer aua ja warte mal schön für dich du bist verblutet du bist verblutet leute bis samstag Ciao.